Voll übertrieben. Das ist kein Leben, kein Leben der Mensch, Alter. Und nicht mal Niskin drin. Ja, läuft. Bestimmt so Bot, Alter. Ganz Zeit nur so Games-Bottet. Ja, Mann. Alter, wie kann ich so viele Sterne haben? Solange ich das Spiel doch noch nicht mal draußen. Oh Gott, das ist retouch, glaube ich. Es geht so weit, bis das Wechseln wieder Mana kostet. Ah, eine halbe Stunde, bis die scheiß Minions kommen, oder was? Kein Wunder biefen die sich normale davor. Sonst ist Langeweile. Nein, es kommt. Jawohl. War wichtig. Die Jungle kommt bestimmt gleich, ich muss aufpassen. Oder Mitte kommt. Lass mal ein bisschen zurück. Lila Pass. Ja, Mann, das war krank. Ah, die Wreckend jetzt. Oh, ich hab halt auch Schildschau raus. Das war aber wert. Oh, ich hab jetzt schon mal eine mehr. Geh weg, geh weg, geh weg, ich hab nichts, kein Mahne, alter, kann nichts machen, die geht jetzt da rein, oder was? Hat er noch weggeknallt, alter, die ist weg, alter, die ist noch da, alter, mana rack, guck's dir das mal an, alter, was hast du für ein Item? Ja, das ist das Kranke, was ich gesagt habe, alter, jedes Mal kriegst du total viel Mana zurück von den Creeps, alter, aber jetzt lass mal zurück, oder, Lila ist nicht da, können wir gleich ein Lila holen, wenn wir zurückkommen Duosal, Level 3, Lila, soll nur nicht reinfieten jetzt Ja, ich glaube, es macht den ganz Niamh recht Ja, gegen Chuchu Lane ist halt krank, Alter, mit Niamh Ah, das ist so krank, die Mana Regeneration Oh, da komm ich gleich wieder Dann ihn gleich Ich hab, und Schild hab ich auch noch Oh, die Creeps, oh nice Nice, 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 nice Ich geh mal, bleib du mal den Creeps, ich geh mal das Ding ins Treffen Danke Schön, die Purple da Nice, lol Das Rot von denen Nice Ja, guck mal Sonst machen wir die Gold Fury Ads Ja, lass Gold Fury Ads machen Jeder hat 25 Mana Lol Ich geh mal ein bisschen Line auf der Line Ja, ja Können wir machen Yilmaz ist Level 4 Irgendwo ich komm Geh in den Tau, geh in den Tau Alter Das Damage Gott Lol Das Wall Komm, hol sie dir Nice Ich hab mich eine Maschine Ja, eine Maschinetski Du hast halt auch dein Skin genommen Dann kannst du eine Maschine sein Ah, ja, Mann Ah, das ist Aki Oh, Mann Ah, das ist Aki Oh, Mann Ich muss ein Bootsende kaufen und dann ein Death Item Aber beide abgetrieben wieder auf der Land, gell? Das ist schön, nice Das ist sehr komfortabel Ah, dann kann ich direkt einen Tower holen Oh, rip Ah, rip Ah, Alter Jemals dann und dann ist es vorbei, Alter War noch Ja, ich geb den Da ist man doch noch ein bisschen mit dir auf der Lane Ja, vielleicht besser Old jetzt wieder, aber Medusa müsste auch noch Old haben Kann sein, ja Hilfe, 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 Hilfe Und dann Meine Deck Und dann sind wir noch schon worden Dann geh ich mal aufs Mitte Nein 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 Nein. Kommst du hier rüber? Medusa kommt, lauf, 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 lauf mal hinten. Ich komm auch. Ich hab Schild-Ready, aber keine Ult. Kommen die jetzt? Chasen die jetzt? Ne, 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 ne. Medusa star, jemals geht's zurück. So, Mana kurz aufhören. Dann, ready? Dash weg. Die weiß schon, dass du kommst. Dann gibt's schon gedasht. Oh, dann geh nicht rein, geh nicht rein. Du hast Ult raus. Ich hol sie. Oh, ich hab nicht. Nein. Der will ich nicht, die muss weggehen. Dash hier holt die noch. Thanks. Da liegt Lila, wenn du brauchst. Hm, mach meinen. Ich glaub der Einzige, der hier was regelt, bist du. Du. Ne. Ja, wohl, right tower haben wir. Wenn du sagst, da geht weg. Geht angst. Ne, ich hab nicht gesehen. Stimmt. Schau mal auf Mitte. Oh, da ist der. Ja. Da? Ja. Ah, ne, die ist da. Nein, lass doch hin. Hier, nimm. Nein. Mein Mana. 42 Mana krieg ich jetzt pro Schlag. Ich geh mal auf Mitte, gell? Jo. Wo holt ihr? Ja. So, zu mir getrieben. Ja, Mann. Ja, Mann. Jelmatz kommt bestimmt auch mit dir jetzt. Egal. Ich denke schon. Ja, aber komm. Mana regenerieren. Jetzt du. Medusa ist hier. Ja, die ist hier rechts. Jelmatz wird jetzt auch kommen. Links wahrscheinlich. oimento hieß. So, gut, gut, nicht weg. Läuft. Das hab ich noch nicht bekommen. Na, Mana wieder regenerieren. Dann geh ich mal einkaufen Ja Das Mana laden Warum merkst du dich hier? Ich muss mal kaufen jetzt, ich hab so viel Code Blink oder Sprint Oder Armschienen Wobei Ja stimmt gegen die Dingold Alle Fenrir Carry Easy peasy Ich werde das so krass gefüttert Hm Jörgmitte Links könnte auch fehlen Ja Alter Das creept mein Ding ins Geblock, mein Dash nach vorne Ja Ja Oh sie kommt, sie kommt Komm Komm Ich gehe auf meine Lane zurück Richtig Coward Ich bin im Jungle Spaded hier ein bisschen An ally has been slain Holt Engage On my way Now the thing right here Engage Komm alles raus Nice 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 job Hier kommt Hier kommt der Baron Hier kommt der Baron Hier kommt der Baron Ich hab ihn Ist nur noch Barone mit dir Nee und Medusa Barone kommt zu dir Kommen beide zu dir Ja Schass lauf Oh shit Ja lass ihn weg Ja Ergy kommt Jawohl Okay Muss jetzt auch noch was haben Merkur Old Kommt hier bei uns Wo? Dahinter uns Unterstelle 8 Alter Ich hole mir den Naja Naja Tut schon leid Auch in uns aus dem Medusa kommt da Nee ich muss weg Sie geht direkt wieder weg Ist schon im Jungle da irgendwo Ah ah Das ist ein Jungle buff Na da 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 Plasma sword Fully charged An enemy Hat been slain 10 null Alter Schmiede Hahaha Holy crap Alter An enemy Nice job Und du lässt dich den Jungle ja gut der hat noch ein 3, aber... Ich bin der bessere Jungler, der ist super Alter, 11-0 Ja Jemals kommt noch zu euch, Tschüchülein auch, ich mache zu Lampelen Okay, doch nicht Jemals kommt noch zu euch, Tschüchülein auch, ich mache zu Lampelen Ja Kein Ding ins Spiel ist dann Scheiß Ich komme mal rein, achso ja, lass mal Lieber Ding Toll Rampage Schüchülein auch Ja Schüchülein auch Ja Proof up Ja, das ist ein Becken Answer that Wait Okay Okay Das ist ein Becken Das ist ein Becken Schrank, Alter, wie du halt abgegangen bist Hätte ich auch keinen Bock mehr, Alter Ich habe gar nichts gemacht, ich habe nur gechillt auf meiner Lane gepusht, geformt Immer mal halt abgetrieben, wenn er vorbei gekommen ist Aber hättest du am Anfang nicht so reingekarrilt, hätte ich bestimmt aufs Gorski gekriegt, Alter Ja 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 Ichェre Ja Vielen Dank.